Was wollte ich hier nochmal? Na, kennst du das? Eine gewisse Vergesslichkeit ist eigentlich ganz normal. Mit steigendem Alter werden wir aber immer vergesslicher. Allerdings, das Gehirn kann mit sogenanntem Gehirnjogging gezielt trainiert werden. Hier ein paar Tipps. Forscher haben herausgefunden, dass der Verfall der Gedächtnisleistung sich auch wieder umkehren lässt. Das liegt daran, dass das Gehirn in der Lage ist, immer neue Verknüpfungen herzustellen. Das bedeutet, es ist super wichtig, im Alltag aktiv zu denken und dem Gehirn immer neue Impulse zu liefern. Zum Beispiel mit dem Erlernen eines Instruments oder einer Fremdsprache, Rechenspielen, Malen oder auch indem man beim Sport neue Bewegungsabläufe integriert. Wichtig! Gedächtnistraining hat sehr viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Wer also aufmerksam durch seinen Tag geht, der schärft seine Wahrnehmung und das wirkt sich auch positiv auf die Gedächtnisleistung aus. Also immer schön aufmerksam bleiben und Gehirn fit halten!